So, gut. Äh, wie ist das denn alles beim Fest? Warte mal. Rufklage. Das Erdbefest. Was kann weg, das 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 kann weg. Äh, gut, dann kümmern wir uns erstmal nur ums Fest. Würde ich sagen. Danke, ihr Lieben. So. Dann versuchen wir mal uns hier so ein paar Sachen dazu zu verdienen. Guten Tag, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Äh. Guten Tag. So, das ging schnell. Damit Leckereien, während ihr ein Kostüm tragt. Damit dann? Okay, und wo finde ich die Dinger jetzt? Äh, hä? Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich die Dinger jetzt finden soll. Ein, ach, ist das, was du meintest, mit, äh, die Dinger in der Nachbarschaft suchen? Äh. So, die Frage, wo, ne? Ui. Ui. Verdammt. Verdammt. Ich hab die, den müsst ihr noch nie gemacht. Was ist das eigentlich für ein... Oh mein Gott. Trag ich hier eigentlich? Äh. Äh. Ich brauche auch ein eigener Hostte, um die Teilnahme an diesen... Eigentlich zu fördern. Aber wo? Ach, den dann in unserem Haus? Oder wie? Warte mal. Muss ich das denn echt vor unserer Haustür dann legen? Das machen Leute eigentlich, wenn sie kein Haus haben. Den reißen wir doch mal hin. Aber ich nur straks. Wusel, wusel. So, und den muss ich jetzt hier irgendwie... Warte mal. Warte mal. Hat das denn jedes... Nee, jedes bestimmt nicht. Da muss ich jetzt gucken, ob das jemand hat oder nicht. Oder wie? Oder was? Okay. Interessant. So was habe ich auch noch nicht gemacht. Aber Mama, Sophie dazu, äh, ich soll dir denn dabei helfen. Ich glaube, das wird ja umgekehrt laufen. Kann ich da währenddessen noch auf ein Pferd reiten? Da war jetzt nur die Frage, ne, wenn das keiner hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das viele Leute machen. Jetzt immer nur diese komische braune Fußmatte, ne? Oder kann ich dann nach ein paar Minuten noch mal zu meiner eigenen gehen? Nee. Also einmal ging's ja. Ich glaube, das Problem liegt einfach daran, dass das keiner macht. Das ist eine herbstliche Fußmatte. Ja. Dann fünft noch. Ja. Dann, Leute. Ich glaube, das macht halt keiner. Jetzt ist doch die Frage, wie viele Leute haben Häuser. Bei mir ist halt einfach grundsätzlich alles zu verkaufen. Herbstliche Fußmatte. Aber nicht die Fußmatte, die wir suchen. Das ist alles zu verkaufen. Muss ja alles zu verkaufen. Okay. Aber ich suche jetzt auch nicht in jedem Gebiet nach, ne? Ich glaube, das ist nie. Nie. Aber nein. Einfach nein. Äh, bin leider auch schon raus. Oh, jetzt ist meine bessere Hilfsstab. Mach das. Aber schön, dass du reingeschaut hast. Hat mich sehr gefreut. Zwei Witzel. Zwei Witzel. Richtig auch. Wo ist denn ein Haus, die Lung, wo viele von uns wohnen, sind fünf oder sechs verschiedene Fußmappen. Ah, okay. Ja, dann mach ich das nachher mal. Dann mach ich das aufs Green mal. So, Stelle für weitere Reisen. Danke. Da möchte ich mal hin. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich hoffe doch nicht. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Würde mich freuen. So, einmal zum Festpunkt, bitte. Gibt ja noch genug andere Sonne. Gibt das auch irgendwie wieder aus. So, ich weiß nicht. Ich bin halt hier nur aus dem Keller daheim gesucht. Ein Erdtümer. Oh Gott. Okay. Wagt es nicht, mich einfach so hier stehen zu lassen? So, ich bin ein Berlich-Bock. Er ist irgendwo auf dem Hügel. Hybrid. Aber wir kommen zurück. Ey. Jetzt bin ich wieder da. Sehr schön. Genug Bier gekauft. Da hat sich jemand das Knochen gebrochen. So, entfernen wir mal das Kostümchen. Danke. Wie unhöflich. Wagt es nicht, mich einfach so hier stehen zu lassen? Äh, nein. Das ist mal hier so nicht. Keine Quests hier. Nicht solche. Er ist ein Fisch gefangen, Lothro. Ja, sehr geil. Ja, acht Kisten für elf Leute sollten reichen. Bleib doch und nehmt etwas dir. Ich bin ein Pferderinnen. Mhm. Ich fühle mich immer so ein bisschen wie so Fährenplatz hier, wenn ich immer so lang laufe. Bleib doch und nehmt etwas Tee. Fällst du ein Scherzer? Oh, mein Gott. Äh. Eine gute Frage. Also, Frischenschutz meint, ich kann ruhig noch ein bisschen machen. Äh. Also ein bisschen mache ich noch. Ich weiß aber noch nicht genau, wie lange. Ich denke mal so lange, bis ich Hunger kriege. Jetzt einfach mal so... ...so geraten. Da ist noch einer. Dann fahre ich fix einkaufen, dann brauche ich nachher nicht los. Regt er nämlich gerade nicht. Ja, mach das. Mach das. Ich schätze, aber ich werde danach noch da sein. Vermute ich jetzt einfach mal. Oh, mein Gott. Ähm. Okay. Nummer eins. Äh. Priska-Poffen. Wo ich dann fühle, ist ne Träufe. Poffen für die Äpfel. Und nur das, wenn das nicht okay. Äh. Wo ich dann früh ist ne Träumer. Wir machen davon alles. Ich weiß ja auch, wo ich hin muss. Die kann ich mir auch nicht mehr verlaufen. Oh, hier. Mach das, Hybrids. Lass es dir schmecken. Gott, hier sind so viele Namen, ich weiß gar nicht... Äh... Hallo, Matschusens. Ich bleib hier da. Ja, trotzdem. Dann sehe ich die Leute vor lauter... Da rülpst einer. Das ist nicht zu knapp. Priska am Fett... Ach da! Da ist die Gute. Ja. Rufend für Äpfel. Okay, warte mal. Wir teilnehmen... Das Apfelzahn ist aus dem Weg, sonst müsst ihr auf Verbindung starten. Fuss des Hügels. Hier, da muss man ja was finden. Ich glaube, es ist sehr schön. Ich bin so toll. Das ist scharf, ey. Ich will ihn nicht, wenn ich ihn begleite. Apfeltauch einmal. Ah, ja. Das kann ja heiter werden. Ich war bei den Briefen schon nicht besonders gut. Nein, pass mich da hoch. Sechs Stück haben wir. Voll. Das ist scharf, ey. Das ist scharf. Ach, nach dahinten jetzt. Uiuiui. Hab ich das dann eben richtig gemacht, oder? Ich bin mir da jetzt noch ein bisschen unsicher. Und da. Ich muss auch einmal zu kommen, aber von dem Festbumpen, okay. Gleichen wir uns mal dran vorbei. Und jetzt Kinolas. Wo war der denn nochmal? Kinolas ist hier hinten. Okay. 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 Ja, das ist so schön. Wir suchen natürlich in Zugang zu Heimgesuchten Erd, wenn du dir die Obstagsaufgaben reihe erhaltet, die mit einer Kellertür erscheint, bekannt. Ah, da! Ah, okay. Der Ohm ist jetzt dahinten. Daran erinnere ich mich noch. Hallo, Gamgee. Einen Moment. Heda, schenkt mir einen Moment eurer Zeit. Was benötigt ihr? Kann ich da jetzt rein, oder? Ne, immer noch nicht. Okay. Gut. Dann einmal zu Aurelia. Kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? Was für ein furchtbarer Tag. Kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? Heda, schenkt mir einen Moment eurer Zeit. Was für ein furchtbarer Tag. Kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? Heda, schenkt mir einen Moment eurer Zeit. Heda, schenkt mir einen Moment eurer Zeit. Ja. Ja. Uh, endlich. Gruselig. Was für ein furchtbarer Tag. Lol, wie so ein Geisterhaus, ey. Loll, Angst vor Fledermäuten. Oh Gott, ich werde mich hier nie zurechtfinden. Ich werde mich hier nie zurechtfinden. Wir haben hier jetzt schon verlaufen. Ja, nee. Was hat die Gemüse? Uh. Gasthalterung. Oh, ich grusel mich. Hm. Ähm, ja. ist die hobbit frau so ich brauche 60 und das mehrmals wie soll ich das bloß hinkriegen das ist das ding wieder ich glaube nicht der ist der hobbit nur wieder ich weiß dass ich überhaupt nicht wo ich hin muss was passiert ich wache dann gleich im mordor auf soll das so sein oh 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 holl das ist die Ich... was? Ich bin sichtlich verwirrt. Was? Warum muss ich lang? Ich bin ja überhaupt kein Mensch für, ne? Das Ding ist gesperrt. Ängstlicher Hobbit, hallo? Das ist auch gesperrt. Ja, ja, schreckt du mich mal. Da kam ich doch irgendwann schon mal. Nee. Hier bin ich falsch. Ja, ich war ja auch schon mal dran. Hi. Ja, ich war ja auch schon mal dran. Ja, ich war ja auch schon mal dran. Ja gut, da komme ich dann durch den gleichen Gang wieder. Hä? Ich habe doch keine Ahnung. Ich war ja auch schon mal dran. Ich bin mal jetzt ganz ehrlich. Wieso ist denn hier noch weitergehen? Spät? 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 Komm ich wahrscheinlich wieder raus. Ja. Okay, dann bräuchte ich dafür dann noch andere Aufgaben. Damit ich da weiterkomme. Ja. Kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? Ihr da? Will ich kurz mit euch sprechen? Mhm. 16. 16. 38. 41. 42. 41. 41. 42. 42. 43. 42. 43. 44.